Moin Leute, am heutigen Tag werde ich mir mal wieder zusammen mit euch ein paar Paluten Animationen angucken und dazu tippen wir hier oben einfach mal ein, Paluten Animation, tipptopp und wir sehen hier im Hintergrund auch gerade, das ist scheinbar das neue YouTube Design, ok, so wir klicken auf suchen, müssen jetzt allerdings beim Filter, suchen wir nach dem Upload Datum und dann gucken wir doch mal, da ist auf jeden Fall wieder jemand, da müsst ihr mal drauf achten, immer wenn ich das sage, das ist nicht mein Kanal, meine Damen und Herren, das ist ein Faker, mein Kanal hat dann so einen Stern dahinter, beziehungsweise keinen Stern, sondern, ja, so ein Häkchen, dass man sieht, ok, das ist auf jeden Fall Pedizzle, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel Paluten eingebe, das ist mal ganz interessant hier gerade und ich gehe auf Upload Datum, dann seht ihr hier schon wieder so ganz viel komischen Stizzle und dann scrollen wir, da, da seht ihr den Haken, das ist mein offizieller Account, dieser Typ hat den Haken nicht, das ist ein Faker, der lädt meine Videos einfach nur hoch, das ist keins von meinen Videos, der benutzt einfach meinen Titel, mein Thumbnail und, und, talkt er überhaupt? Ne, gar nicht, das ist einfach nur eine komplett schlechte, ruckelnde Aufnahme, so, jetzt müssen wir uns einfach mal um die Animationen kümmern und Leute, passt da auf, ihr wisst jetzt Bescheid, woran ihr meinen Kanal erkennen könnt und wir drücken jetzt mal hier, Paluten Animation, Upload Datum und dann schauen wir mal, eine sehr kleine Paluten Animation, natürlich, wenn ich das so mache, indem ich einfach hier mal ein bisschen rumgucke, dann kommt ja teilweise vielleicht auch nicht die weltbesten Animationen, aber, ach komm, solange das ein bisschen Unterhaltungsfaktor hat, gucken wir doch mal, was Benedikt hier gebastelt hat. Das war's? Wie seh ich denn aus? Bin ich so hässlich? Also, das müsst ihr jetzt nicht beantworten, Leute, also bitte nicht. Kott auf dem Kopf, das sieht auch sehr vielversprechend aus. Oh, oh, ja, warte, ich hab noch Kott auf dem Kopf. Warum? Oh, was sind das? Ach Gott! Mal zicken, leiser, ja, cool, okay. Oh, Mann, ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also so gestalterisch war es jetzt nicht so cool, aber es hat mich zum Schmunzeln gebracht. Oh, guck mal hier, Hide and Seek. Vier Minuten geht das Ganze. Ich... Hide and Seek, Minecraft Freedom, Weihnachtsspecial, meine Damen und Herren. Wir sind so mit Pappfiguren, ihr könnt euch natürlich, ich mach mal ganz kurz Pause, euch immer die Namen hier angucken und dann notfalls es nochmal, weil ich skipp dann vielleicht die ein oder andere Animation so ein bisschen durch, deshalb, falls ihr das komplett sehen wollt. Ich bin orange, guck mich doch an, ich hab... Ich weiß es doch, warum hast du orange? Ich hasse doch nicht Mautato. Oh, da hat er auf einmal ein Schwert. Nein, oh nein, oh nein. Okay. Hat er es da gerade so ein bisschen geknackert? Der Typ kam mir hinterher getackelt. Also, okay. Objektiv betrachtet, muss man sagen, im Gegensatz zu Sachen wie von Miao Animation oder Lisa Arts, ist das natürlich... Vom Künstlerischen her ist es echt nicht gut. Aber ich sehe das manchmal von so einem gestalterischen Punkt aus meiner Sicht. Junge, ich kann sowas überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht malen. Also, gucken wir einfach mal... Oh, das sieht vielversprechend aus. Windeljoe, Palutenanimation, Freelocks featuring Bluedolf. Okay. Wo schläft denn Windeljoe? Auf der Bank, oder? Da schlägt ich schon. Achso. Kann er dann bei dir schlafen? Ja, ja. Ich weiß ja nicht. Wieso war Mautato? Ja, ja doch. Hä? Nee, ich weiß nicht. Okay, ja warte. Geh durch die Uhr, Paluten. Warte mal, Moment mal. Ja, das eine war doch Mautato, das ist doch Mautato. Wieso ist der Mautato nackt? Und Windeljoe auch? Was ist da los? Okay, das ist nochmal Aslak Pedizzle. Oh, awesome, Rick. Oh Gott, Werbung. So, machen wir hier so. Ja, danke. Ja, super sanfte Haut. Dankeschön. Bitte. Oh, okay. Ach, das ist so ein Dingens. Das ist ja eine coole Sache. Der hat so, naja, okay, so cool. Wie sieht Manual denn da aus? Der hat so ein Rick, also so eine Vorlage gebastelt für Awesome und stellt das scheinbar kostenlos zur Verfügung. Also, Daumen hoch für, ach, das ist von Ben. Ja, tip top. Das ist echt nett. Da haben wir leider ein Ripoff, Best of GLP und Paluten Animation. Oh, das sieht wie versprechend aus. Marins Art. Okay. Moin, Leute. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Maro. Maro? Wie bewegt sich der Mengel? Ja, Mann, Mann, ist auch dabei. Hat Mengel einen Hüftschaden? Tut mir leid, Leute. Bisschen vor Kaiselt, aber Kürbis Tumor lebt immer noch. Ich kann nicht reden, wenn die Leute... Also, ich muss sagen, so gezeichnet sieht das echt cool aus. Das Problem sind so die Animationen an sich. Weil, guckt euch mal an, wenn Mengel da ins Bild gehasselt kommt. Wartet da. Sieht aus, als hätte er einen Hüftschaden. Guck mal da. Guck mal da, was ist denn mit dem Logs? Ja, mein Mann ist auch dabei. Jetzt wird er so ein bisschen schweben. Aber trotzdem, eine coole Sache. Okay, zu... Ah, okay, das wird nicht ganz so geilo sein. Oh. Waro 4 Fail? Warte mal, das kenne ich. Das ist, glaube ich... Das ist ein Rip-Off. Das habe ich nämlich irgendwo schon mal gesehen. Da fallen wir nämlich irgendwie auf die Schnauze. Ja, genau, da falle ich da so rein. Oh, was haben wir denn hier? Ach so, das ist ein... Ach stimmt, wir können mal bei Miauer Animation vorbeischauen. Miau, 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 Miau. Oh, wie sieht denn sein Kanal jetzt hier gerade aus? Zombie, Paluten und Maudado spielen im Schnee. Hallo, Paluten, ich bin ein paar Meter rechts. Ach, warte, ich kann mich auch ein bisschen um... Ah, ich sehe dich! Hallo, Zombie! Ich bin tot. Nee, ich bin weich in den Schnee gefallen. Also ich leb definitiv noch. Hallo, Paluten. Wo bist du, Maudado? Uu! Uu! Uuuu! Ich würde ganz gerne einmal stoppen um dann... Habe ich dich umgeworfen gerade mit einem Trick? Ja, du... Trick oder Tritt? Trick. Ich habe einen Seil über dich gemacht. Ach, das war doch wieder schön. Miau weiß, wo der Frosch die Locken hat. Das am Anfang sieht doch immer komisch aus. Jetzt gleich, warte. Okay, lassen wir das. Was haben wir hier? GLP und der Bär. GLP-Baller-Raketen. Alle tanzen. Okay, was haben wir hier? Aber das ist, glaube ich, das Plakat. Ach, was ist denn hier schon wieder? Ja, sanft zur Haut, Alter. Ein Filmplakat zu Freedom. Ach, ich möchte natürlich jetzt auch nicht sein Video spoilern. Ihr sollt sowieso alle mal bei ihm vorbeischauen, weil der macht schon so lange richtig coolen Kram. Alter, warte mal. Boah, jetzt bin ich aber neugierig. Das sieht auf jeden Fall mega nice aus. Guckt euch das vielleicht einfach alle mal an. Ja, ja, ja. Lohnt sich. So, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Oh, hier haben wir noch Paluten-Animation. Der Rückenbruch. Wie, ich breche mir den Rücken? Was passiert? Jetzt nochmal so ein bisschen hier. Schön, locker, easy. Oh! Das hat weh. Ach, nee, den kennen wir doch noch vom letzten Mal. Paluten und GP machen einen Spaziergang im Wald. Von Inubis. Eigentlich nicht. Das sieht so strange aus. Normalerweise müsste es so sein, dass du da einfach nicht durchkommst. Okay. Ich will es auch nicht ausprobieren, Alter. Wieso wippen wir so? Und wieso bin ich eigentlich nackt? Und dann waren wir... Gold! Nice one. Ja, die Regel ist... Und wieso ist Manuel so ein... so ein riesiger... fetter Close? Das wäre voll die Abkürzung, voll der Cheat. Ach so, also darf ich das nicht... Manuel ist doch gar nicht so dick. Nein. Okay, Entschuldigung. Die ich mal ansatzweise... Alter, was soll'n' das? Das ist mir in den letzten Folgen auch. Oh, hups. Ich bin aus Versehen außerhalb der Border. Oh, jetzt bin ich in der Mitte... Die Arzt, ihr... Okidoki. Gucken wir einfach mal weiter. Party Papel de Boop. Moin Leute. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Und heute sind wir nicht alleine. Party Papel de Boop. Oh, das ist noch so ein riesiges Oldschool-Ding. Ach, das... Das war noch eine gute alte Zeit, Alter. Freedom-Animation für Paluten und Zombie. Scheiße. Scheiße. Geht's Paluten an den Kragen? Scheinbar. Scheiße. Also die Leute geben sich ja immer Mühe, aber ich weiß manchmal nicht so... nicht ganz so recht. Paluten-Animation von dem hier? Hey, und willkommen zu einer weiteren Folge... Ist ja mit dem Sound los. Ja! Mit... einem... Scheiß... Manuel... Das sieht so ein bisschen aus wie der Stil von LisaArts. Guckt mal, wenn ihr euch den anguckt. Und dann gehen wir mal kurz zu LisaArts. Auch ein Channel, den ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Sind mitunter die wirklich besten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Oh, let's drop halt. Alter, das sieht auch krass aus. Aber wenn ihr euch jetzt mal hier Kott-Brüder zum Beispiel anguckt. Mal hier, Kott-Brüder. Kott-Brüder. Sieht vom Stil her fast genauso aus. Kott-Brüder. Oh! Ihr müsst wissen, damals in der Schule haben wir immer zusammen gekottet. Frau Lehrerin, darf ich ausstehen? Ich muss Kott-Brüder. Dazu sag ich nur... Ich auch! Und so zwei Minuten später... Ich auch! Nee, nee, direkt. Just... Das sind echt so richtig, richtig gute Sachen. Also da kann ich auch wirklich... Weil das das Problem ist, in der deutschen Szene gibt es wenig Leute, die halt so Aufmerksamkeit für sowas bekommen. Das habe ich schon mal gesagt. Weil die machen die Sachen halt auf Deutsch und über bestimmte YouTuber. Und da ist die Reichweite halt nicht so groß. Und da werden die Leute halt auch einfach super schwer gefunden. Und die Leute, auch die, die jetzt hier vielleicht nicht ganz so gute Animationen hochgeladen haben, die können sich ja auch verbessern. Ganz ehrlich. Wenn ich mir meine ersten Let's Plays angucke und meinen Kommentarstil... Ja, da denkt man sich auch so... Okay... Warte mal, das kann man ja nochmal ganz kurz zeigen. Auch wenn das jetzt hier nicht so reinpasst. Paluten... Need... For... Speed. So. Wenn wir uns das mal angucken. Jetzt sagen wir mal Part... Irgendwie Part 2... Dann. Ach man, was machst du denn da schon wieder? Das ist kein Place, aber die kommen halt einfach. Moin Leute! Ihr fragt euch jetzt sicherlich... Äh... Was ist denn... Wollen wir jetzt ein bisschen Talk da? Vorne ist wieder eine Straßensperre. Die können wir aber diesmal, glaube ich, ganz gut entfahren. Ich glaube, man kann nicht so viel hören, aber es ist halt... Einen Audi R8 am Straßenrand gefunden. Ja, genau so war es. Hier an den... Ähm... Überall auf der Map verteilt, stehen die Autos einfach rum und dann kann man einfach kurz einsteigen. Also das ist halt einfach so... Vom Kommentarstil ist es noch nicht so... Da ist noch nicht ganz so viel Power in der Stimme, weil man das eben noch nicht so lange gemacht hat. Ich meine, das Video ist vom 31.10.2012. Das ist schon so ein bisschen her. Und im Laufe der Zeit bekommt man einfach seinen Groove. Und was steht hier in den Kommentaren? Wer schaut das zwei Wochen vor Halloween im Jahr 2016? Okay... Nun gut, meine Damen und Herren. Ich würde mal spontan sagen, das war's mit diesem kleinen Baluten-Animationsvideo. Äh... Ja, es gab ein paar nette Sachen. Also ich mag das einfach, hier so ein bisschen über YouTube rüber zu gehen und zu gucken, was so alles gebastelt wurde. Egal, ob das nun super gut war oder vielleicht, ja, nicht ganz so gut. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein! Ciao, ciao!